Ich habe einen Bauernhof gekauft! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video! Wir sind noch immer am Rosenhof und heute haben wir eine sehr, sehr coole Idee für ein Video. Vicky bekommt ihr natürlich später auch noch gleich zu sehen. Die Pferde dürfen heute entscheiden. Wir spielen entweder oder. Zu jeder Frage, Aufgabe, Entscheidung zwei Zettel mit zwei möglichen Antworten. Und Flora und Tiran dürfen entscheiden. Das könnte ganz schön doof für uns laufen. Lasst super gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren. Das ist kostenlos. Los geht's mit dem Video! Meine Haare sind noch nicht fertig, deswegen gibt es Auswahlzettel. Die Pferde dürfen entscheiden, welche Frisur ich mir mache. Zur Auswahl steht Wellen oder Zopf. Wer darf eigentlich entscheiden, Flora oder Tiran? Hä, Flora kennt sich viel besser aus. Okay, Flora darf aussuchen. Guten Morgen! Guten Morgen, Frau Pferd! Du hast heute eine sehr wichtige Aufmerksamkeit, Flöhrchen. Hey, hier keine Bestechung mit Leckerlis. Ich habe bei jedem Zettel ein Leckerli, okay? Also Flora, du darfst jetzt entscheiden, welche Frisur ich mache, ja? Ich mache eins links und eins rechts. Ich sehe keinen Bock. Hallo! Flora! Soll ich einen Wellen, Wellen oder einen Zopf machen? Eindeutig Wellen! Super! Und hast du dir das gewünscht? Äh, nee, weil der Zopf wird schneller gehen. Gut gemacht! Gut gemacht! Du bekommst auch ein Leckerchen. Schön ausgesucht. Tiran wäre für Zopf gewesen. Ja! Okay, leichte Wellen habe ich schon, aber das sieht noch nicht so fresh aus. Ich mache die Wellen mit meinem Welleneisen. Wenn ich richtig motiviert bin, teile ich mir die Haare auch ab. Heute bin ich nicht richtig motiviert, wie ihr seht. Wir wollen ein Tutorial. Ja, ähm, zuerst muss es heiß werden. Auf exakt 170 Grad. Was machen wir bis dahin? Warten. In der Zwischenzeit können wir Kniebeugen machen. Du hast ja einen Todesknall. Seit wann bist du irgendwie so sportlich im Panet? Verfolgst du einen Plan? Hintern schön runter und nicht durchknicken. Mach alleine. Ich habe gehört, wenn man alle Wartezeiten nutzt, die man im alltäglichen Leben hat und da ein bisschen Sport macht, dann kann man auch fit werden. Ich bin dabei. Das kann es ein bisschen dauern. Fertig! Floras frisst gut. Tag und Schlaf. Die nächste Frage ist, arbeiten oder chillen? Flora und Tyran dürfen entscheiden. Natürlich frage ich mein Flöhrchen, was ich jetzt tun muss oder darf. Hey Flora, denk dran, du chillst ja auch dein Leben. Flora, ich weiß, du bist beschäftigt, aber arbeiten oder chillen? Das war ein kleiner Tipp auf chillen. Gut gemacht. Sie will eh kein Leckerli. Pirani, ich muss dich kurz stören. Bei der Entscheidung helfen? Muss ich jetzt arbeiten oder chillen? Oh nein. Ähm, danke für mich. Auf dich ist kein Verlass. Weißt du das eigentlich? Naja, dann werde ich jetzt mal den Traktor holen. Ist dein Ernst, oder? Hä, Flora, du sagst, ich darf das. Und drei Sekunden später schmeißt du dich auf die nächste Bank. Die Bank ist zu klein, Leute. Naja, viel Spaß dir noch. Viel Spaß beim Arbeiten. Flora, ich danke dir sehr. Ab heute habe ich dich noch ein kleines bisschen mehr lieb. Ich fühle dich noch selber an, vielleicht bin ich einfach ein und ganzes Mal. Ganz ehrlich, Traktor Arbeit macht eh immer Fun. Danke, Tommy. See you. Flora, mit oder ohne Sattel reiten? Das sieht wohl ganz nach ohne Sattel aus. Was hast du da gebastelt? Ich habe mein Zaubzeug im anderen Stall vergessen. Jetzt habe ich hier eine Konstruktion aus Halfter und Stricken. Das passt sowieso besser zum Ohne-Sattel-Reiten. Nature Girl. Kurz Start klar machen. Wildpferde muss man nicht putzen. Einfach drauf. Aber guck mal, hier haben wir eine schwarze Hose an und das ist ein weißes Pferd. Oh, oh. Problem. Fangen Sie das Tier ein. Wissen Sie überhaupt, wie das geht? Wie wenn ein Wildpferd reitet? Also mit so einer Konstruktion bin ich wirklich noch nie geritten. Eines hier drüber und das andere hier. Das ist eine bunte Mischung und ein wildes Lasso. Brauchen Sie eine Aufstieghilfe oder soll ich Ihnen helfen? Ich brauche natürlich eine Aufstieghilfe. Leute, ich habe jetzt vor kurzem mit diesen Kniebeugen auch angefangen. Ich schaffe es nicht drauf. Voll gemacht, Frau Pferd. Wir käsen meine Aufstieghilfe. Viel Spaß. Wow. Die Fliegen stören ein bisschen. Hallo, Frau Wildpferd. Sie haben ein paar Fliegen im Gesicht. Und galopp. Wir machen es auf den Strand. Diese Farbkombi ist ein Traum. Beige ist halt stark. Ein wildfarbener Strick, ein rosa Strick und ein gelbes Pferd. Und du hast einen Orangenpulli an. Ja. Da hat sie sich an Beloni verdient. Hier, bitte schön. Karotte oder Apfel? Was willst du? Apfel bitte, Apfel bitte. Okidoki. Vicky zeigt uns jetzt, wie man einen Apfel nur mit den Händen auseinanderreißt. Den Daumen reinmachen, springen. Bitte schön. Einfach weg inhaliert. Flora, wo ist der Apfel hin? Das sind traumhafte Aufnahmen. Bei uns läuft es natürlich fair. Ich habe auch noch einen Apfel und eine Karotte für Tiran. In meiner geheimen Snacktasche. Eigentlich bevorzugt der Äpfel. Mal gucken. Er hat schon gerufen. Er findet es unfair. Möchtest du einen Apfel oder einen Karotti? Er will eine Karotte. Hey! Hallo, du hast die Kamera runtergeworfen. Angriff von hinten. Na dann, bitte schön. Kann Flora noch was bekommen? Du hattest deinen Apfel schon? Kann ich nein sagen. Der Rest ist die Apfel mit mir. Ich habe noch ein To-Do mit dem Traktor vor mir. Sarina hat eine Lieferung von Stallmatten bekommen. Und die sind mit einer Palette vor dem Tor abgestellt worden. Und ich versuche das jetzt mit dem Traktor aufzuheben. Und dahin zu finden, wo wir es brauchen. Mal gucken, ob es klappt. Weil Pferde grundsätzlich alles, was neu ist, komisch finden, schaue ich mir gemeinsam mit Flora diese merkwürdigen Stallmatten an. Sie findet sie zumindest komisch. Wenn ich ihr aber zeige, dass die doch schon richtig so sind, bekommt sie keine Angst davor. Ihr wisst ja, die Matten könnten sie womöglich fressen. Pferde. Mehr muss man da nicht sagen, oder? Neuer Plan, Leute. Die Pferde haben eindeutig genug entschieden. Die nächsten Zettel lasse ich Sarina entscheiden. Ob wir gleich einen Kuchen für Pferde oder für Menschen backen. Ich bin natürlich schwer für den Menschenkuchen. Aber Sarina weiß nicht, was auf welchem Zettel steht. Ich such sie mal. Die schlaft hier. Im Ernst jetzt? Nein, ich ruhe mich aus. Das war ein wilder Ritt. Das ist jetzt deine Bank, ne? Ja. Also vorher so bequem habe ich mich gleich wieder hingesetzt. Ich bin kein Pferd. Du darfst was aussuchen. Ich vertraue den Pferden nicht mehr, deswegen lasse ich jetzt dich aussuchen. Ist das eine riesige Hunde? Ne, ist nur ein Bienchen. Ich hasse. Du darfst aussuchen, ob wir gleich einen Pferdekuchen oder einen Menschenkuchen backen. Ich probiere zu erkennen, ob du Pokerface machst. Ich habe ein Pokerface. Ich sage gar nichts. Du musst jetzt was nehmen. Menschen, Menschenkuchen. Ja. Die Pferde hatten eh schon genug Snacks für heute. Ja, Mann. Gehen wir gleich backen? Ja. Ich habe ein richtig leckeres Rezept rausgesucht. Ich habe große Hoffnungen in diesen Kuchen. Der ist nämlich mit Datteln. Dattel Brownies. Und ich glaube, die wären dann so richtig zäh und chewy wegen den Datteln. Ich habe das Rezept noch nie ausprobiert. Ich bin super gespannt. Als allererstes muss ich Datteln in kleine Stücke schneiden. Das ist ja auch alles nur noch ein einziger Matsch. Ein Kuchen, der beim Backen so aussieht, das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Sieht ja aus wie Gulasch. Ich hoffe, das sieht gleich noch ein bisschen leckerer aus. Jetzt kommen noch Kakao dazu und Nüsse. Okay, aber jetzt kann ich nichts mehr sagen. Das sieht nach einem richtig saftigen Schokokuchen aus. Ich probiere gleich mal. Man schmeckt die Datteln raus, aber ist lecker. Ich habe gerade spontan entschieden, ich mache noch gehackte Schokolade dazu. Und dann ist es ein Traum. Darum gehe ich zumindest jetzt aus. Das sieht lecker aus. Uiuiui. Hält der schon durch? Warte mal. Stäbchenprobe. Ähm, nee, ist noch ein bisschen creamy. Ich glaube, der bleibt noch fünf Minuten. Der ist noch richtig fluffy, aber ich glaube, der ist jetzt durch. Der war jetzt deutlich länger drin. Ach so, hätte ich Würfel schneiden sollen? Ich mache noch zwei Würfelchen. Ja, okay, er ist jetzt vielleicht nicht hundert Prozent durch. Ich mag es, wenn er noch ein bisschen chewy ist. Heiß auf jeden Fall. Mh. Mh. Ich liebe die Konsistenz. Mh. Oh nein, es regnet und wir holen jetzt die Pferde, weil es das Gewitter angesagt. Ich habe jetzt schon gesagt. Freunde, schnell. Schnell. Schnell reinkommen. Komm. Wir sind ready. Geschafft. Möchtest du duschen? Ja oder nein? Hallo? Er möchte fressen. Ja oder nein? Möchtest du duschen? Nö? Er hat kurz meine Nein-Hand berührt. Was bedeutet das? Was denn jetzt? Entschuldige. Nein. Ich dachte das jetzt als Nein. Duschen will der Herr ja nicht. Jetzt wird nur Gestriegelung geputzt. Entschuldigen Sie? Sind Sie in den Regen gekommen? Sie sind ein nasses Pferd. Möchtest du? Und ich entferne hier gerade viele nasse Haare. Ich habe da auch schon mal eine Frage an dich, Tiran. Wer soll heute den Stall ausmisten? Vicky oder Sarina? Entscheide dich bloß richtig. Was willst du? Das? Sarina. Das ist eindeutig Sarina. Ich glaube, ich muss mich geschlagen geben. Ich bin bereit. Also die Schaltruhe quietscht. Die Mistgabel bricht fast auseinander. Was sind denn das für Zustände? Aber Leute, ich kann euch das sicher nicht machen. Das ist jeden Tag. Und heute muss ich auch noch Tiran's Box machen. Ist das richtig? Ja, sowas wollen. Der Zettel hat entschieden. Ähm, willst du gar nicht die elektrische Mistgabel nehmen? Guckt mal. Heim, stopp! Schnappst du nicht? Finde ich gut. Bitte demonstrieren Sie. Das funktioniert ja einwandfrei. Danke, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Mua! Mua!